hallo ihr lieben willkommen zurück im resort ja unser eisen brennt das ist wunderbar und was fehlt uns noch an standardwerkzeug uns fehlt noch eine axt da haben wir jetzt nur eine aus stein das wollen wir gar nicht lange benutzen dieses zeug das schmeißen wir nachher einfach irgendwo hin in irgendeine kiste und vergessen das dann nicht die holzsachen können wir ja verbrennen steinachs weiß ich gar nicht ob man die auch in ofen schmeißen kann wäre interessant wie man das könnte so eine hacke haben wir fackeln haben wir ein bisschen was zu essen den schwert genau wir brauchen hier noch einen schwert ich glaube dann haben wir jetzt einmal standard nur einmal standard fackeln und was zu essen das dahin kohle das passt alles okay dann machen wir uns doch eine kleine kiste die stellen wir dann aber schon nach oben wir machen uns da jetzt gleich oben eine kleine basis und da setzen wir uns dann auch den waypoint hin und dann gucken wir mal dass wir ein wenig ein wenig was finden unterwegs ein paar kürbisse eine kuh und ein huhn brauchen wir ist gar nicht wie wir die alle mitkriegen sollen so ohne leine im moment haben wir ja noch gar nichts müssen wir mal schauen ich habe ja nun die möglichkeit eingefügt dass man es kaufen kann aber wenn man noch keines mag da hat ist das natürlich auch schwierig okay so dann mal wieder raus hier aus der kleinen höhle nach mäuschen die frage wo ging es denn hier raus da geht es raus da bin ich aber nicht raus da war das überspringen geschafft und es regnet und regnet na toll so wir gucken mal wo wir unsere basis einrichten ich würde jetzt eigentlich erst mal das ganze zeug hier hinstellen so und da packen wir das und das und das und das aus eisenbarren und holz nehmen wir einfach holz brauchen wir nicht aber eisenbarren nehmen wir einfach mal mit das kann alles hier bleiben erde bleibt hier setzlinge bleiben hier rüstung haben wir an dann brauchen wir ein waypoint da machen wir einfach so bestätigen und dann in welche richtung gehen wir gehen wir doch in die richtung da will ich sowieso also in diese richtung da hinten möchte ich gerne weiter bauen also das resort weiter bauen deswegen können wir da lang wir können dann eigentlich auch schon mal anfangen hier ab zu holzen machen wir jetzt einfach zwei drei bäume in der hoffnung dass wir ein apfel finden hunger denn das gilt natürlich auch für den hunger ja gesagt habe wir töten keine tiere und wir essen keine tiere also kein keine keine tiere in form von hund katze maus ne und kru und schwein und so fische werden wir essen ich werde also angeln zwischendrin und fische dürfen gegessen werden aber eben keine anderen tiere so würde ich das ganz gerne handhaben wenn das für euch in ordnung ist könnt ihr ja in die kommentare schreiben wir können auch ganz vegetarisch leben also das ist auch in ordnung kein problem nur fisch wäre halt ganz nett wenn man den essen könnte so baum gib mir einen apfel ich hunger aber schon ein bisschen platz machen hier auch denn hier kommt ja unser haus noch hin allerdings brauchen wir für das haus na wie heißen die bäume noch fichten fichtenholz fichte oder schwarzeiche ich bin dann noch am überlegen könnte auch schwarzeiche nehmen wobei ich das ganze resort eigentlich gerne auf fichte und nicht auf schwarzeiche aufbauen würde die gehege und so weitestgehend mit fichtenholz keine äpfel man sind diese bäume geizig na gut und da ist einfach nur einfach nur die blätter abgefallen okay dann packen wir das holz jetzt noch in die kiste und dann flitzen wir los wir brauchen ja auch noch ein scharf wir machen uns mal eine schere und dann können wir uns nämlich unterwegs im bett machen dann nehmen wir doch das bisschen holz mit sondern laufen wir mal in die richtung hier gott ich habe so hunger ich weiß nicht was ich essen soll das ist ganz schön schwierig so nichts zu essen zu haben hier ist auch nirgends so ein zombie oder so dass man sie töten könnte hier ist eine höhe da könnte man ja mal eben gucken ob es da zombies gibt hallo gibt es hier ein zombie ne ok hat sich schon erledigt jetzt gehen wir zurück wir sollten dann da weiter gehen das ist natürlich jetzt ein bisschen doof so nicht zu essen zu haben jetzt müssen wir noch mal ein paar bäume fällen machen wir einfach in der hoffnung dass wieder äpfel rausfallen holz kann man ja immer brauchen kein apfel oder ein schaaf hallo schaaf kann ich deine wolle bitte haben danke sehr nett da können wir uns ein bett machen ich habe keine werkbanken bitte können wir uns auch gar kein bett machen machen wir später moment brauchen wir glaube ich auch gar kein bett das wird 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 das hell oder wird das dunkel es hat den ganzen tag geregnet und jetzt wird es dunkel dann schlafen wir jetzt dann hört nämlich auch dieser regen hoffentlich mal auf allerdings haben wir dann auch gar keine zombies oh gott habe ich mich erschrocken halleluja diese blöden endermänner die erschrecken mich aber auch immer ein schmetterling hallo du kleinerling da ist noch ein schaf schafe haben wir also in der nähe sehr schön einige schafe sogar ja wir brauchen trotzdem was zu essen das heißt wir werden jetzt bäume fällen bis wir äpfel haben da ist einer sehr schön das ist sowieso alles gebiet wo die ganzen bäume noch weg kommen auf jeden fall also hier da drüben weiß ich noch nicht wie weit wir da bauen aber hier kommt auf jeden fall einiges an bäume weg so und du noch ja zwei äpfel yay das ist ja mal was das ist halt wenn man viel läuft braucht man ja auch eigentlich viel essen das ist eigentlich so gar nicht so schlau gleich los zu rennen und irgendwas zu sammeln aber andererseits kann man ja auch nicht nur am fleck stehen ne geht ja nun auch nicht da ist lehm da ist auch lehm ah schön jetzt mal ein zwei bäume und gucken ein zwei äpfel wären toll ich will ja gar nicht so viel ich will nur ein paar äpfel den müssen wir so abpacken der hat schon seine blätter verloren dann das hier kein napf mensch das will mich echt ärgern ab ne das wird so nix okay da ist Zuckerrohr Zuckerrohr nehmen wir uns auch schon mal mit brauchen wir ganz sicher da ist Lehm einiges an Lehm sehr sehr schön nehmen wir alles mit und ein paar Pilze kann man mit Pilze nicht auch was kann man doch Pilzsuppen machen allerdings braucht man da auch braune von ne glaub ich zumindest oder ja doch braucht man braune von macht ja nix vielleicht klaufen wir ja noch an braune ran ich glaube braune gibt es in Sümpfen bin ich mir ziemlich sicher dass es die da gibt und wieder kein Apfel also ohne Witz diese Bäume sind sowas von geizig und wir sind eigentlich immer noch zu hause ich würde dann hier den Lehm schon mal mitnehmen so ein bisschen was an Lehm brauchen wir aber wie gesagt nicht so mega viel für das erste Haus das geht dafür brauchen wir jetzt nicht los und ein Lembium suchen und vielleicht haben wir ja hier auf nein 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 ah nicht nicht aufgepasst vielleicht haben wir ja auf dieser Map ein bisschen mehr Glück und finden hier eher ein Lehm Biom hier kann ich ahnen verdammt ich kann nicht regenerieren ah ist das übel ist das übel ja toll ich habe auch keine Fäden also ich kann auch keine Angel mal eben machen ein Apfel jay ein Apfel ja doch Bäume fällen ist das einzige was uns momentan am Leben hält das Gute ist wenn wir jetzt so viel Holz farmen brauchen wir das demnächst einfach nicht machen also das ist dann völlig egal wir haben auf jeden Fall genug Holz ah noch mehr wäre toll mit Äpfel Äpfel mehr Äpfel wir kriegen das schon hin wir kriegen noch ein paar Äpfel zusammen obwohl unsere Hacke bald kaputt ist aber ich glaube wir haben ja alles mitgenommen ähm ist also nicht so das größte Problem ähm das größte Problem ist tatsächlich im Moment der Hunger aber das ist am Anfang ja meistens so und wenn man sich dann eben für einen Weg entscheidet wie jetzt äh ich halte dazu um kein Fleisch zu essen dann wird das schon schwierig also immer noch keine Apfel gibt's doch nicht ach das ist doch nicht wahr ich hab hier bald den ganzen Wald abgeholzt ja toll ach ja eigentlich wollte ich ja kein Holzfäller werden eigentlich wollte ich andere Dinge tun mhm na Schaf ja findest du auch nicht toll dass ich den ganzen Wald abholze ne aber was sein muss muss sein das gibt's nicht kein Apfel dazwischen das ist doch das ist doch wirklich nicht wahr und das Ding ist die Nacht kann ich nicht riskieren um ein paar Zombies zu farmen die kann ich im Moment einfach nicht riskieren weil wir nicht regenerieren können mhm mhm ist das übel okay immer noch kein Apfel jetzt machen wir noch ein paar Bäume gucken dass wir noch gucken ob wir noch irgendwas kriegen ich weiß nicht wie wir sonst an Essen kommen sollen was denn noch essbar ist mal überlegen wie wir das am geschicktesten sonst machen hm hm ich weiß es nicht ich weiß es wirklich nicht hm kein Apfel das kann's echt knicken kein Apfel gut okay neue Hacke also Holz haben wir jetzt ja mehr wie genug da können wir ja da können wir ja ewig weiter hacken mit dem Holz gut okay okay ich hab äh da hängt noch ein Stückchen kommt immer noch kein Apfel raus ja ja nutzt nix wir laufen einfach jetzt weiter und hacken Bäume bis wir an Essen kommen und ähm ja und gucken mal dass wir irgendwie überleben ich will doch nur überleben also die Nacht können wir einfach nicht riskieren sonst würde ich Zombies fahren sobald wir ein bisschen regenerieren können machen wir das Hacke Hacke Viecher haben wir hier genug aber nix zu essen das gibt's ja nicht das ist echt das ist nicht wahr das kann doch nicht wahr sein ich meine wie viele Bäume haben wir jetzt gefällt wir haben das ganze Inventar gleich voll mit Holz und drei vier Äpfel dabei gehabt und ein Apfel einer ein Apfel nach 20 äh Bäumen oder so na dann hoffe ich dass das jetzt mal ein gutes Omen ist und eventuell mal ein paar mehr aus den Bäumen rausfallen das Ding ist selbst wenn wir Kürbisse finden würden ja würde uns das ja nicht viel bringen denn die können wir ja nicht essen zumindest nicht so Dings wären gut Melonen ja das hat irgendwie keinen Sinn das ist irgendwie ganz ganz doof hier ok und gucken weiter gucken kein Apfel ist auch nur von Äpfel ernähren jetzt ist irgendwie auch doof mal gucken was wir dann noch machen können also wie gesagt äh angeln wäre noch eine Möglichkeit aber dazu brauchen wir erstmal Fäden und solange wir nicht regenerieren können können wir es eigentlich auch nicht mit irgendwelchen Monstern aufnehmen schon gar nicht mit Skeletten ah ein Apfel jedes Mal glücklich wenn ein Apfel runter fällt ja ja noch einer das ist ja oh das ist ja Paradies irgendwas hier ne gucken wir mal es wird dunkel ich sollte auf jeden Fall das Campingbett gleich mal aufstellen können wir schon schlafen ja gut machen wir das auch gleich nicht dass da doch noch mal irgendwas kommt und uns irgendwie in den Rücken schießt oder so das wäre echt übel so jetzt machen wir noch ein paar Bäume dann ist der Part eigentlich auch schon wieder zu Ende aber ich will jetzt ein oh Mausi das war keine Absicht Tote Maus ja das ist das was ich meine was ich ja am Anfang gesagt habe also wir töten keine Tiere mit Absicht aber das konnte jetzt wirklich keiner riechen dass die da oben drauf sitzt und runter fällt ah armes Mäuschen so gib mir doch ein Apfel Mensch verdammt das das geht doch nicht da ist doch gleich wieder alles weg irgendwie hab ich zwei Äpfel gekriegt kann zwei Futterdinger auffüllen und auf der Suche nach den nächsten Äpfeln sind meine ganzen Futterdinger wieder weg na gut das äh ja ah da ist noch einer oh richtig gut jetzt okay die futtern wir jetzt äh das ist ja ist ja fast voll cool noch einer und wir hätten es voll und dann könnten wir entweder nochmal in ne Höhle gehen Zombies jagen oder aber ähm halt draußen dann die Nacht einfach äh gucken weil ich dann eigentlich eine Höhle vorziehen würde das geht dann etwas schneller und ist gezielter okay wir grad sagen wir schon Inventar voll mit Holz ja das wäre ja ein Ding Inventar voll nur mit Holz so so den Baum noch und dann ist Schluss damit so generieren tun wir immer noch nicht regenerieren meine ich äh ein Apfel dann dann könnten wir ach da ist er yay endlich jetzt springe ich auch nicht rum jetzt stelle ich mich hier aufs Bett und bin ganz lieb und äh beende den Part und wir machen dann im nächsten weiter also bis denn tschau 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 tschau